Was geht meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Jogi ist mal wieder back am Stüssel für euch. Heute wieder aus dem LS22, wieder mit einer kurzen Information. Und zwar seht ihr heute nochmal das neue Modpack vom lieben Barney, und zwar das hessische Farmpack. Ihr werdet es im Modhub in der Liste unter hessien Farm entdecken. Ich laufe hier so ein bisschen für euch durch, die meisten haben es schon gesehen. Und da möchte ich euch heute ein bisschen auf dem Laufenden halten. Eine Modvorstellung habe ich da dazu schon mal gemacht, auf der Gemeinde Rade. Einfach mal kurz ein bisschen die letzten Videos durchschauen, ist gar nicht allzu lange her. Und jetzt fragen mich, na klar, schon viele in den Kommentaren, wie sieht es denn aus mit dem Hessen-Farmpack. Ich habe die Frage für euch an Barney weitergeleitet. Und ja, gemein, mach einfach bitte kurz ein Update-Video und ich mache das na klar gerne in Abstimmung. Es sieht so aus, er hat es eingereicht gehabt. Und es ist, ja wie erwartet, halt auch wieder zurückgekommen mit Hilfestellung und bla bla bla. Ja, das übliche Thema, was noch zu ändern ist. Und ich soll euch jetzt sagen, dass er es erneut eingereicht hat. Und zwar am heutigen Sonntag, 6.3. Und dann läuft es halt wieder den üblichen Weg. Ja, es kommt wieder an den Test, es wird wieder angeschaut. Aber keine Sorge, Barney ist dran. Was jetzt natürlich damit passiert, sollte das Ding ein zweites Mal durchfliegen, kann ich euch nicht sagen. Ich will jetzt auch nicht auf die Details eingehen, was genau schlecht war. Aber, wie gesagt, Barney ist für euch dran. Und in dem Sinn würde ich sagen, gerne ein Like, ein Motivationslike für Barney in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, halte ich euch weiter auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. Ciao.